So, aber die Ben-Kiste ist ja noch genau, wie ich die eingepackt habe. Hast du die überhaupt noch nicht aufgemacht? Nee, hab ich halt noch nicht. Der Film der Woche. Den Unfalltod ihrer großen Liebe Ben hat sie nie überwunden. Um in Kontakt zu bleiben, schreibt sie Nachrichten an seine alte Handynummer. Ich kriege so komische SMS von irgendjemandem. Diese ist mittlerweile vergeben, doch bringt sie mit kleinen Schritten zurück ins Leben. Caroline Herford, Friedrich Mücke und Nora Tschirner in SMS für Dich. Sonntag 20 Uhr exklusiv auf Teleclub Cinema.